Wir sind in der nächsten Welt. Ernsthaft? Tatsache, es geht nach Berlin. Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. Ich weiß, den habe ich schon in jedem Emergency teilgebracht. Ich weiß. Aber es stimmt, wir fahren nach Berlin. Wir wurden aus Köln rausgeworfen und jetzt geht es ab nach Berlin. Eine Hoffnung, obwohl mir ein Handübles, mir schwand wirklich Übles. Wenn ich mir bedenke, was ich da teilweise schon gesehen habe. Ja, es wird übel werden. Es wird sehr übel. Nach einer Explosion auf einem Friedenskonzert ist die Bühne zusammengestürzt und hat mehrere Besucher verschüttet. Retten Sie alle Personen aus den Trümmern, löschen Sie alle Brände und suchen Sie nach den Tätern. Ach du Scheiße. Na, herzlichen Dank auch. Ähm, das bedeutet, ich brauche jetzt, wir haben sieben Opfer, es werden mehr werden. Jawohl. Wir werden alle RTWs brauchen. Wir werden die Intensivambulanz definitiv auch brauchen. Nutzen Sie sich nur, nur just in case. Wir brauchen das Rettungszünderfahrzeug. Wir brauchen die Helikopter, brauchen wir nicht. Aber wir brauchen alle Tanklischfahrzeuge. Wir brauchen auch einen Rüstwagen. In Ordnung. Äh, wir brauchen wahrscheinlich die SEK-Drohne. Die halten wir aber hier am Einsatzort. Einsatzort. Und los! Was geht's? In Ordnung. So. SEK-Drohne. Da holen wir uns jetzt einen Streifenwagen für. Äh, ja. Da ist ein Twitterer, natürlich. Twitterer machen natürlich überall Fotos. So, aber wo ist jetzt der Täter? Brandenburgator. Richtig gut. So. Was geht's? Löschen. Bin dabei. Aber gut, dass die Musik weiterläuft. Was geht's? Es heißt ja immer, the show must go on. Was gibt's? Verstanden? Ja? Weil man es dann auch wirklich übertreiben kann. Ne, das sehen wir ja jetzt hier. So. Bin bereit. Die Intensivambulanz lassen wir mal hier. Ähm. Erwarte Befehle. Ähm. Erwarte Befehle. Wird gemacht. Bin bereit. Wird erledigt. Erwarte Befehle. So, jetzt. Erwarte Befehle. Bin dabei. Was geht's? Können wir uns der, äh, 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 relativ gefahren, äh, äh, los nähern? Erwarte Befehle. So, da hinten ist noch eine Person. Bin bereit. So, da bringt er was. Bin dabei. So, da hinten ist noch eine Person. So, da hinten ist noch eine Person. Höre, zu Befehle. Was gibt's? Bin dabei. Was gibt es? Erledigt. Höre, zu Befehle. Ja? Jawohl. Erwarte Befehle. Höre. Okay. Äh. Ja. Zu Befehle. Erwarte Befehle. Wird erledigt. Was geht's? Alles klar. Äh, Täter? Erwarte Befehle. Verstanden. Täter? Rettungshund? Bin bereit. Ist ein Rettungstar? Erwarte Befehle. Möchte ich aber, ehrlich gesagt, hier platzieren? Ah, nö. Gut. Wird erledigt. So, aufsteigen und vermisste Personen finden. Wird erledigt. Kommt, sucht. Und ich brauche ein Bergefahrzeug. Scheiße. So, okay. Notarzt. Da. Jawohl. Was geht's? Okay. Scheiße, ich brauche das Bergefahrzeug. Und zwar jetzt ziemlich, äh, schnell. Höre. Okay. So, Bergefahrzeug. Ich brauche dich. Ja. Wird erledigt. Erwarte Befehle. So, euch parke ich mal hier. Für den, nur just in case, dass irgendetwas passiert. Noch. Erwarte Befehle. Der Transportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Höre. So, Notarzt. Ja. Die Personen sind alle versorgt. So. Erwarte Befehle. Bin bereit. Ist in Arbeit. Höre. Rüsten wir die mal auf. Bin dabei. Okay. So, komm. Notarzt. Höre. Ah, okay. Er ist schon unterwegs. Okay. Lass gemacht. Nächste Person. Aber ich finde dieses Fahrzeug oder den Rettungsdienst finde ich gar nicht mehr so ungeil. Also die Intensivabonanz. Ich weiß nicht, fällt das auf? Nein, ne? Jawohl. Nein, das fällt mir auf. Höre. Wird erledigt. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Höre. In Ordnung. Erwarte Befehle. Höre. Erwarte Befehle. Boah. Das Röden-Bundefahrzeug, das nervt mich da ein bisschen. Erwarte, bin dabei. Aber wo ist der Täter? Wo zum Henker ist der Täter? Alles klar. Komm. Okay. Los. Los. Offen sagt nur, such. Erwarte Befehle. Verstanden. Jetzt ist hier ein bisschen Stau jetzt hier gerade, aber pp. So. Okay. Die neun. Die neun sind wir unterwegs. Was geht's? Nächste Person. Sofort. Erwarte Befehle. Jawohl. Bin bereit. Da oben ist noch eine Person. Jawohl. Ja. Wird gemacht. Okay. So. Höre. Dann. Verstanden. Wir packen jetzt erstmal die Intensivambulanz bis zum Anschlag voll. Ne? Erwarte Befehle. So. Ja. Und wir haben noch eine Person, die noch vermisst ist. Das heißt, um die müssen wir uns jetzt kümmern. Erwarte Befehle. Ich bin dabei. Gleiches Spiel wie gerade. Ja. In Ordnung. Bin bereit. Wird gemacht. Ich glaube, er hat das Fahrzeug jetzt nochmal gebrauchen müssen, ne? Ungefähr hier in diesem Bereich wahrscheinlich. Okay. Ja. Ja. Ich meine, wir sind ja schon unterwegs. So. Höre. Aber wir tun unseren Menschen Möglichstes, um die verletzten Personen wirklich zu bergen. Wir können uns leider nicht dreiteilen. Es wäre schön, aber es geht leider nicht. Erwarte Befehle. Notarzt, da sammeln. Hier ist übrigens immer noch eine verletzte Person. Bin bereit. Ist in Arbeit. Erwarte Befehle. Alle vermissten Personen sind befreit. Okay, da ist auch noch eine Person. Dann holen wir den auch direkt raus. Ja. Habe ich dann da. Was habe ich hier oben erstmal? Ja, ich habe hier oben welche. Bin bereit. Jawohl. Erwarte Befehle. Jawohl. So, okay. Letzte Person wird versorgt. Suchen Sie nach den Tätern. Wo ist denn der Täter? Ich meine, das interessiert mich jetzt einfach nur. Verstanden. So. Intensivambulanz ist voll. So, habe ich hier Opfer? Ja. Eine Menge Opfer sogar, die noch abtransportiert werden müssen. Was gibt's? Erwarte Befehle. Bin bereit. Wir haben hier jede Menge Notärzte noch. Also Notarztfahrzeuge. Ja, wird erledigt. Ja, wird gemacht. So. Bin bereit. Zu Befehlen. Bin bereit. Das sieht gut aus. Alles klar. Das sieht wirklich gut aus. Jawohl. Also ich bin irgendwie so ein bisschen stolz auf mich hier. Der Rettungs-Transportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. So. Na. Ja. Wird erledigt. Ihr holt den. Und ihr holt dann den. Höre. Verstanden. Kann wieder eingeräumt werden. Ab zum Hauptquartier. Alles klar. Ihr. Bin bereit. Alle ab zum Hauptquartier. Weil euch brauche ich nicht mehr. Bin bereit. Höre. Der Hundeführer kann auch wieder einsteigen. Jawohl. Was gibt's? Wird gemacht. Was gibt's? Die Hundeführer kann auch wieder einsteigen. In Ordnung. Ja. Da setze ich mich jetzt mit meinem Monk durch. Alles klar. Ja. Der kann auch wieder nach Hause. Erwarte Befehle. Bin bereit. Bin bereit. Wird gemacht. Wird gemacht. Aber wo ist der Täter? Verdammig. Wo ist der Täter? Ja. Wird gemacht. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. So. Erwarte Befehle. Sofort. Bin bereit. Verstanden. Höre. Jawohl. Da ist noch einer. Bin dabei. Höre. Und da ist noch einer. In Ordnung. Bin bereit. Wird erledigt. So. Ich denke mal. Das war's. Oder? Was gibt's? Sofort. Hauptquartier. Hauptquartier. Alles klar. Wir haben jetzt hier noch zwei einen Notarzt rumrennen. Erwarte Befehle. Du bist ja aus der Intensivambulanz. Was gibt's? Du bist ein Opfer. Du bleibst einfach hier stehen. So. Sollte ich da mal dem Polizist solch mal einen Streifenwagen wieder hinschicken? Mein Versuch wird. Wird gemacht. Einfach mal um zu gucken, ob das was aus... Ob wir damit was ausrichten, um einen Täter zu finden und zu verhaften. Weil die Explosion ist ja nicht ohne Grund hier ausgeführt worden. Oder für mal, die hat ja... Das hat ja einen Hintergrund. Es war ja ein Hintergrund gewesen, dass da jetzt dringend die Personen da geborgen werden müssen. Kein Problem. Nein. Bringt nichts. Wird erledigt. Ich will... Alles klar. Aber wir müssen irgendwo... Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Ja. Voll unten. Also wieder Folgemodus. So. Nach Hause. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der Einsatz schon so schnell vorbei ist. Das kann ich mir echt nicht vorstellen. Mensch, geht doch aus dem Weg. Wir haben hier Verletzte. Aber da ist gut, dass die KI darauf achtet, dass die nicht Leute überfährt, so wie ich manchmal. Sie konnten den Täter leider nicht festnehmen. Dennoch haben sie alle verletzten Personen behandelt und in Sicherheit gebracht. Auch wenn die Gefahr weiterhin besteht, haben sie diese Aufgabe gut gelöst. Und das ist gut, dass die Leute überfährt. Vielen Dank.